ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge verfügbar ein anmeldebonus so ja jetzt habe ich ihn geil ich habe den kutcher sam polizeihund hektor habe ich ja epischer tun ok so eine lunikiste kommen die nehmen wir uns jetzt auch noch schnell was ist ein liga laden re atomisator habe ich auch wieder was genau friseur bunny wieser wachsbarnia wohl so was ist denn da überhaupt steht dann hier überhaupt nun habe ich jetzt was anderes zur auswahl ja dann gehen wir mal hier rein tun kann aktiviert werden das machen wir doch jetzt mal den katschus händler ja so cool so jetzt haben wir ihn auf level 10 ronder klunker neben und das geht nicht okay dann würde ich sagen gehen wir mal in unsere welt wieder was zum abholen und der prozent hier drauf gehen wir hier drauf klicken aufwerten geht nicht los was haben wir denn alles jetzt in unserem und das auch fertig noch mal was so los ich mache das ist aber momentan noch planlos fünf stück kann ich wohl machen hier der da kann auch was los geht nicht nicht genug aufgaben punkte alles klar so dann hätten wir das hier ein allianz event in 22 stunden so gucken wir mal rein und das haben wir schon das haben wir schon schließe zwei raufereien ab und was haben wir da jetzt sind wir schon level 9 wir machen heute mal nur hier die drei raufereien ab ins dorf kapitel wald kapitel dorf kapitel das habe ich doch schon alles wieso geht da nicht mehr wird ab stufe 12 freigeschaltet ok ja dann würde ich mal sagen dann greife ich hier jetzt mal schau mal wieder hätte das gang drei kämpfen muss hier machen zwei überfälle und dann gucken wir mal ich werde den fotografen gleich erstmal blenden hier damit er nichts mehr machen kann also betäuben und dann kriegt er gleich noch eins mit der kanone damit ist er auch schon fast weg vom fenster fotograf mache ich jetzt bei dem song und er soll den jetzt noch weg machen ähm da ist der fotograf schon mal fort die machen jetzt angriff hoch er ist auch schon fort jetzt kriegt er dieses gang das ding ab jetzt haue ich ihm damit auch noch eins über die mütze und es war mir klar dass irgend so was schaden über zeit ist ich wusste dass irgendwas fieses bei eddie des gar irgendwie habe ich damit gerechnet so die macht jetzt sowieso nichts mehr die wir uns jetzt umgefahren wurde nicht betäubt dann ist jetzt fertig drei sterne immer hier in kampf 2 soll ich eigentlich den sam mit mal mit rein nehmen macht das sinn den sam mit rein ich bin eigentlich aktuell ganz zufrieden muss ich sagen oh was ist denn das der westernheld dann habe ich keine ahnung was der kann eddie des gang gefällt mir nicht so gut der macht nämlich schaden über mehrere runden haben wir eben gerade festgestellt und da brauche ich eigentlich nicht wirklich alter vater das war jetzt nicht so schön erstmal die namen nein warum habe ich das jetzt noch den ich wollte so beim sheriff machen oh mein gott das geht ja erstmal eins auf die mütze ich muss den dafür jetzt erstmal weg bekommen es gibt so nett jetzt muss ich irgendwie hier okay ich muss jetzt verhöhnen das mache ich jetzt bei der die sollen jetzt alle ihn angreifen ob das jetzt eine gute idee war bin ich mir jetzt aktuell nicht wirklich sicher aber ich kann jetzt keinen anderen angreifen ich kann nur ihn angreifen ok der ist aber jetzt auch schon weg sie greift jetzt noch mal meinen polizeihund an und jetzt sollte das ding eigentlich rum sein habe ich aber glück gehabt dass das alles so quer verteilt wurde irgendwie ok plus 3 ja ja ist schon ein bisschen anspruchsvoller gerade geworden so und dann machen wir den dritten angriff hätte auch ganz schön nach hinten losgehen können jetzt das ganze noch mal jetzt jetzt man nein 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 Sie war noch nicht dran, ne? Ich muss jetzt erstmal den da loswerden. Der ist schon mal raus aus dem Rennen. Oh mein Gott. Ich muss jetzt erstmal bei allen Schaden. Ich muss weg. Mein Duffy Duffy ist weg. Der Vater, der muss weg. Der ist schon mal fort. Jetzt haben wir nur noch sie. Aber was heißt, jetzt haben wir nur noch sie? Ich meine, sorry, aber... Wenn es dumm läuft... Das gibt's nicht. Das war jetzt sehr wichtig. Was ist denn da los? Ich muss die jetzt unbedingt loswerden. Nein! 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 Mein erstes verlorenes Match! Nein! 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 Okay! Jetzt nehme ich mal wen rein. das ist doch mal hier mein erstes verlorenes match wir haben hier vier leute zum angriff da kommen jetzt nicht wirklich viel zu machen erhält ganz schön viel aus der elma ojo sag mal gibt es das noch endlich mal weg auch guck mal da wie schnell der jetzt auf einmal dauern ist also aber das hilft mir jetzt nicht so viel showtime da wieder sechs tage ich habe jetzt ich mache jetzt erstmal das hier weiter weil ich muss das jetzt hier dorf kapitel kommt was bei wald kapitel 2 war hier ein angriff ich brauche jetzt noch mein drittes mein drittes ding hier was kann das denn bekomme das jetzt erstmal angefangen das ist leicht die bombe platzieren dann gucken wir wer am schwächsten ist am meisten abbekommen dann ist er auch schon weg was sind das überhaupt hexe hazel normalerweise müsste ich erst die heilerin da platt machen die fahrt finden darin und wir nehmen aber jetzt erstmal die hexe aus dem rennen sollte eigentlich reichen na ganz knapp jetzt ist er weg jetzt greifen wir den noch an und gleich nochmal so jetzt kriegt er noch den da auf die birne und dann ist das eigentlich rum weil sie alleine macht nicht mehr viel jetzt kriegt er noch hier den tresor auf die birne und nochmal den hammer auf den kopf und damit haben wir unser drittes match auf jeden fall gewonnen sehr nice so dann bin ich hier dann habe ich das jetzt genau und jetzt wollen wir hier noch zweimal die konkurrenz schlagen drei stunden das ist natürlich gemein ne dem da die kiste wegzunehmen machen wir mal oder? nein ey der ist mit am stärksten jetzt schon ok auf jeden fall interessant zu lösen wieso denn jetzt wald fahren angriff angriff so nehmen wir unsere stärksten rein dann schauen wir mal was wir draus machen können was ist verteidigung runter warum das der ist auch noch ausgerechnet der zuerst angreifen sollte und der ist jetzt schon weg jetzt mal gucken wow was ja das ist ja krass 99 schaden alter vater ja jetzt auch mal den da noch um wird dann jetzt noch verhöhnt aber das relativ schnell gewonnen das ding alter ist der krass ist ja richtig heftig er ist schon ganz schön assi ne oder das ist gut das habe ich gebraucht auf die junior liga 1 1 sammeln so jetzt muss ich hier noch mal reinschauen weil ich kann jetzt hier bei dem den kann ich jetzt auch noch mal tunen geht da noch irgendwas jetzt dann stehen da noch tunen dann haben wir noch einen einzigen kampf und dann sind wir mit unseren dailies hier auch schon durch das kann ich gut gebrauchen angriff also auf geht's den hole ich mir so wen müssen wir jetzt hier außen aus dem geschäft nehmen ich bin bei spani außen aus dem geschäft ich bin bei spani ich bin bei spani außen aus und der polizei und hektor außen ja das ist schon ziemlich das war jetzt ziemlich schnell so nehmen wir die kiste wird gestohlen sorry tut mir leid könnte unter umständen sein dass du mich ab sofort nicht mehr leiden kannst aber da du mich verhören kannst du mich verhören ja da würde ich mal sagen ja da würde ich mal sagen ja da würde ich mal sagen dann kriege ich noch ein ticket jetzt kann ich hier was machen einmal drehen da ist jetzt einmal drehen jetzt muss ich hier nochmal reinschauen kann ich jetzt bei elma noch was tunen nein da fehlt mir so eine kamera hier aber hier bei bugs bunny aber hier bei bugs bunny ja das war es jetzt erstmal heute hier wieder von diesem video wenn es euch gefallen was ist denn das da unten überhaupt ja das ist der hier ja da frage ich mich gerade so 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 königliches feuerwerk ok königliches feuerwerk ok ja leute wenn es euch alles noch was bei den zwei tun hier kann ich noch was abholen ne da 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 so 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 überall brauche ich mal ein holz dafür da müsste ich mal echt schauen wie ich an holz rankommen kann kann ich ja machen ok einen habe ich noch es war sogar der polizist jose meid aber nur zwei stück so fotograf silvester 5 am boss macht auf jeden fall irgendwo sinn ja leute wenn es euch gefallen hat dann 50 kostet diese juni wenn es euch gefallen hat dann lasst doch mal einen daumen nach oben da schreibt was in die kommentare abonniert den kanal und schalt das nächste mal wieder ein wenns wieder heißt looney tunes mit mir edelman gleich haut rein machts gut bis dann und tschüss